Was muss ich jetzt machen? Der Fuß dreht jetzt in 180 Grad. Ich muss jetzt hier was machen, ohne dass das Gewicht drüber läuft. Wir haben jetzt diese Lage, die wir hier auch haben. Das hier ist auf der Seite. Ich schwaubst die Hände mit dem Momenten. Ich schwaub her. Ich schwaubst das Tauch. Ich rückte die Hände mit dem Hände. Ich schwaubst das Abial fee. Vielen Dank. und dann zurück und wieder zurück. Das macht der linker Arm. Das macht der linker Arm. Das macht der linker Arm. Ihr habt alle den pieds droit, die pivote, als er sich in der Fülle befindet, in der Reise. Ich habe immer noch eine Situation mit dem Fülle, mit dem Fülle, die Fülle befindet sich in der Fülle. Wenn wir in Positionen sind, die Klicke sind parallel mit der Linie des départen. Die Linie des départen sind parallel mit der Linie des départen. Wenn wir die Linie des départen sind, dann sind wir in der Linie des départen. Und wenn ich den Bord auf dem Bord auf dem Bord auf den Bord auf den Bord, dann testen wir in der Bord auf dem Bord. Das ist so, dass ich die Bord auf dem Bord auf dem Bord auf der Bord auf der Bord. Wir können es auch noch stärker machen, um es zu verabschieden, um es zu verabschieden, um es zu verabschieden, um es zu verabschieden, um es zu verabschieden.